ich begrüße euch zu einem neuen video heute teste ich den Effekt Pupplegum es ist eine limited edition was ich mir nicht vorstellen kann weil ich würde behaupten den jetzt schon vor einem jahr gesehen zu haben aber ich möchte mich nicht beschweren über den Effekt Melone der gefragt wurde da muss ich mal noch gucken wo ich den finde weil mein Rewe hat den nicht mehr obwohl ich behaupten würde dass der vor einer Woche noch da war aber egal kommen wir zu dem Design der Dose wir haben eine wilde Kombination von rot oder pink und blau dazu noch die ganzen weißen Flecken hier wo ich am Anfang dachte wer verkauft denn so eine Dose die halt komplett im Arsch ist aber es ist einfach die Farbgebung das hat mich schon sehr gewundert der Inhalt der Dose hier ist natürlich nichts anderes drin als Guarana, Ginseng, die Farbstoffe und halt die üblichen Energy Zutaten wenn wir beim Zucker einmal schauen haben wir hier 9,6 Gramm auf 100 Milliliter was bei 330 Milliliter das sollten ungefähr 30 Gramm auf der kompletten Dose sein wenn ich mich nicht verrechnet habe also ungefähr gerundet und ich bin auf jeden fall gespannt ob es nach Bubblegum schmeckt und nochmal zum Design die ganzen Effektsorten sehen ziemlich ähnlich aus hat immer nur die Farbe geändert und das hier ist übrigens die limitierte Crape Mint Sorte die es nirgendwo bisher im Laden gibt und die habe ich natürlich auch für euch getestet in dem letzten Video wer das sehen möchte kann jetzt gerne oben rechts auf das i drücken oder sich das später nochmal anschauen auf meinem Kanal wir haben ein blaues Getränk und es riecht direkt nach Kaugummi könnte aber auch so eine Kaugummi Zahnpasta sein vom Geruch her naja und dann testen wir es mal also es ist ziemlich krass der schmeckt sehr sehr stark nach einem Kaugummi und ich habe gerade mal gegoogelt welcher Kaugummi oder welche Kaugummis es damals alles gab und ich würde jetzt ein Bild einblenden wo ich sehr stark der Meinung bin dass der ungefähr wie dieser Kaugummi von damals schmeckt ich weiß nicht ob es die noch zu kaufen gibt aber genauso schmeckt dieser Energy Bubblegum von Effekt da bin ich mir zu 80-85% auf jeden Fall sicher dass es der Kaugummi war es ist ein geiles Getränk trotz dieser fast 30 Gramm Zucker finde ich den tatsächlich gar nicht so süß natürlich ist der jetzt nicht bitter oder sauer oder irgendwas anderes aber ich hätte das auch gedacht dass der viel viel krasser mit Süßungsmitteln noch vollsteckt als halt nur diese 30 Gramm Zucker ich kann ihn auf jeden Fall auch empfehlen wenn es bei euch den auch noch gibt damit würde ich das Video dann auch beenden und ich würde auch immer noch danach suchen ob ich den Effekt Melone noch finde entweder werde ich den hochladen oder vielleicht der andere Kollege der ab und zu mal ein Video hoch lädt und dann bekommt ihr den Effekt Melone auch nochmal damit würde ich dann auch das Video beenden ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag oder habt noch einen schönen Tag man sieht sich 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 man sieht sich